Sprich, wir sind jetzt wieder, äh, live. Okay, ähm, was soll ich bei neuen Mitteilungen machen? Ich hab noch was anderes. Ich hab noch, Bildung. Oh, das mach ich. Später. Gucken wir, was er hat. Warum ist das? Weil wir ein speziell bond, von Training zusammen mit der PC. Selbst wenn wir nicht immer auf der gleichen Seite, dieser bond ist noch da. Es bedeutet... Just sag mir, was du willst. Was ich will, ist die Intercontinental Championship. Und ich will, dass du mir helfen kannst. Ich habe mein eigenes Freund, Nakamura, hier, und es gibt Macht in Nummern. If you'll join us. I... So basically you already lost and now can't get a rematch so you need me to beat him for you and then give you a title shot I wouldn't use those words exactly but I'm not gonna do your dirty work in fact I'm gonna do what you couldn't do and I'll do it you're really gonna regret saying that good we see the truth so she's story bestätigen ja oder nein ich mache sie nicht wir gucken da weiter was es da so gibt die story mit dem einen typen machen wir ein anderes mal ich habe jetzt keinen bock auf den gucken wir was der fetti wieder zu sagen hat und wenn dieses dirty line vorbei ist können wir mal zum büro des hengsts gehen und da mal reinlauschen wen haben wir da und hier in einer Finishing Match gegen John Morris ein tolles Foto und das ist ich 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 das ich das das ich das habe ich auch schon ich weil er dich selber K.O. schlagen will ich 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Der Rest ist für den 4-1-4. Er macht seinen Weg zur Runde aus Tokio, Japan. Er macht 163 lb. Der Predator Conner! Nachdem er aus der Fútbol-Football gewartet, dieser Mann hat die Athletiker von Gritiron in WWE und hatte ein neues Traum zu schießen. Sein Geist von der Runde auf den Runde hat nichts außerhalb von Impressiv. Überspringern. In the United States, California, weighing in at 215 pounds. John Morrison! Well, he has attained success in and out of WWE. He's come a long, long way from Tumpin' Up nearly two decades ago. Rove through barriers and the stratosphere. Morrison makes the impossible... ...dance. WWE Superstars live on the edge every time they step in the ring, but... ...sog as my strategy. ... 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 ja hallo ich hab drei getrückt das war viel zu schnell alter ja ja ich gehe wieder rein ich muss euch wieder rein so gut wenigstens hat er jetzt auch vermisst ich glaube ich muss noch mal zurück zum trainieren Aua doppelt das Aua wir sind beide K.O. aber wir geben unser Bestes so jetzt mach ich mein normaler Finishing weil es ganz zu lange dauert mit meinen End of Days ah ok also sobald der Finishing durchgeht ist das Match vorbei bei so Matches in dem Fall dann ist ja gut dass ich schnell beendet hab bevor der sein Finishing zeigen konnte so 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 Oh, man kriegt sogar Freischaltsachen. Cool, cool, kurz gucken, was die Aufnahme sagt, wie viele Minuten haben wir schon hinter uns? Zwölf. Ich hab den Einzug, vor allem, weil es der Einzug, weil der Aufzug aufzunehmen ist. Ich hab den Einzug aufzunehmen. Ja, das ist gut. Wer ist das? Die Musik kann ich gar nicht. Scheiße, ja. Ich habe es aus Versehen zu Hot Strike getriggert. Ich würde es nicht über die Seile springen. Nein. Ich habe es nicht überrascht. ich hätte dass der sich gar nicht auch noch ab das Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? ich weiß nicht, ob er aufgeschnitten hat, vielleicht könnte ich ihn immer nennen, dass der ist Was ist das so großartig? Was ist das so großartig? Was ist das so großartig? Ist das großartig? Das ist großartig. Das ist großartig. Aber es kann noch nicht enden. Er geht nach vorne. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott. Ich bin echt normal. Das sieht mir so einfach vor. Ich bin einfach nur gut geworden. Na gut. Besser für mich war. Jetzt machen wir noch ein Match. Und dann müsste es glaube ich schon wieder Zeit für das Schlafen sein. Oh Gott. Okay. Kommt jetzt Apollo Truce dran oder wie? Den Einzug haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Ja, es kommt Apollo. Es ist ein Ressenspieler. Dino Fallschirm hältst die ganze Zeit. Der ist ein Ressenspieler. Oh mein Gott. Oh, wow. Ich muss mal gucken. Ne, da sehe ich es. Nein. Schwierigkeitsgrad läuft nochmal. Guck mal, wird der noch so leicht vor. Ich bin halt einfach gut geworden. Nein. Fuck. Das heißt, dass er sich da trotzdem noch so abfindet. Ich muss mich noch aufstehen. Kreischen. Und dann geht er wieder ab. So, jetzt warten wir bis er wieder wach ist. Eigentlich hatte ich, ähm, mit Kreis gedreht. Ah, nein, falsch. Warte, ich habe es gleich. Das heißt, ich habe es falsch gedrückt. Kacke. Ich habe es bald. Ich habe es bald. Ich habe es bald. Ich habe es bald gedrückt, du verdammte Furze. Nein. Jawohl. Halt. Ja, okay. Jetzt aber. Oder? Nein. Das ist. Komm, flieg, flieg doch. Nein, ich habe drei gedrückt, du verdammte Furze. Alter. Also, aus Versehen, drei gedrückt. Schau, komm. Komm runter, du Arsch. Mann. Warum geht das nicht? Ich kann nicht so schnell Kreis drücken. Jetzt gib mir den Finishing, Alter. Oh Gott. Der kommt da aber bestimmt raus. Doch. Doch. Warum kommt der raus? Der ist doch falsch, aber sterben. Nein. Haus. Geh runter. Ich habe drei gedrückt. Hoffentlich passt es. Jawohl. Mann. Das ist an den Boden, die Scheiße. Ich habe das nicht gerade gemacht. So, wo haben wir da? Da kommt jetzt wieder zu den Schienen, die Zeit noch tragen. Jetzt muss es aber auch sein, da ist sowas von dauer. Jetzt können wir nach Hause gehen, Bier trinken und schnapps saufen. Schwitzige Hände kriege ich jetzt. Alles nix, jetzt kommt also Briddle. Briddle meinte ich. Kann ich nicht. Kann ich nicht auf Pause? Muss ich das wirklich noch durchziehen? Ah, jetzt, gut. Perfekt. Ich kann rausgehen. So, dann, tschüss Jikowski. Bis zum nächsten Match. Ich mach jetzt Over und muss jetzt erstmal wieder meine spitzigen Hände runterkriegen. Oder... ... ... ... ... Vielen Dank.